Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Möcke für die Aua! Was geht, Leute? Was geht? Leute, lasst Like da und lasst Like da und lasst Like da und wenn euch meine Videos gefallen, das wäre mega nice, Leute! Und heute ist echt wunderschöner Tag und ich habe immer ein Schwert dabei und damit werden wir jetzt einfach Fan-Pi-Sacken in seinem Haus, weil der ärgert mich auch immer und wir werden jetzt einfach so random troll und da vorne ist der schon. Und Leute, den sehe ich da. Ich glaube, der macht kein Wasser in seinem Garten, aber wir werden jetzt damit den mega ärgern. Ich bin auf jeden Fall bereit dafür. Wo ist der da? Oh, warte mal, warte mal, ich schau, ich boxe die Leute und ich glaube, ich laufe da hinweg und zack und batz! Was passiert hier? Batz, Alter, was geht? Ja, Ende, hoch! Und zack, viel Spaß im Unzern einfach! Ich habe nur noch drei Herzen, Mann, pass auf, bitte! Hä, ja, Mann, verdient, Alter, ich treu' dich jetzt! Gar nicht, hoch! Ha, ha, einfach, hä, was bist du denn? Mach dich fertig! Wie bist du so schnell da hingekommen? Oha! Wieso hast du so ein Raketwerfer, Leute? Kann ich gleich treffen, Junge, oder bist du K.O.? Oh nein, Leute, das geht gar nicht gut aus, ich muss da weg! Oh nein, 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 nein! Hilfe, der Raketwerfer, Leute! Oh nein, der macht das Werte süß sauer! Ich glaube nicht, gar... Alter, der wird mich so was und grillen! Warum bin ich in seinem Haus gespott? Oh nein, das ist gar nicht gut, wo ist der hin? Oh oh, nein, ich muss weg hier! Und, Leute, ich laufe jetzt einfach da in den Wald rein! Hä, was ist das? Leute, safe ist es ein Bunker, und das um euch rein kann, auf mich ist das Raketen sicher! Warte mal, ich aktiviere mal dieses Feld! Drei, zwei, eins, und let's go! Wow, Leute, was ist gerade passiert, Mann? Leute, es ist ja gar kein Bunker, und keine Base, es ist einfach eine Verwandelmaschine! Die haben mich gerade verwandelt, aber in was? Schau mal, ich hab so Krallen und so ganz kleine Hände, Leute! Und? Oha, ich bin ein Babydrache geworden! Was geht mit Jetpack? Und ich kann fliegen, Mann, und ich hab einen Flammenwerfer! Und Feuerbomben hab ich auch noch dabei! Wie cool ist das denn, Mann? Warte mal, ich brauch doch ein Drachenschwert, dass ich ja ein richtiger Drache bin! Und zwar nehm ich mir das hier, so! Leute, ich bin ein kleiner Babydrache, aber das heißt, ich kann jetzt auch... Komm, warte, wo steckt der? Da unten ist der, Leute, ich seh ihn, ja? Ich weiß nicht, dass du da drin bist, kommt der raus! Oh, der will mich da raus holen, aber Leute, warte mal, jetzt kommt der Babydrache! Und ich zieh mal meine Hitzerüstung an, Leute, weil die hab ich ja auch dabei! Was macht die? Ach, die macht nur das Licht höher! Aber ich boxe die Zeit mit meinem Schwert! Von wo kommt das? Oh, und jetzt kommt der Feuerbomberangriff! Und Glutattacke! Was geht? Wer ist das? Hä? Hier kommt der Babydrache! Und... Leute, ich fühle mich wie so ein Monster gerade! Und zack, ab durch die Wand! Weil ein Babydrache kann dann! Und, ich geh mal hier durch die Decke durch! So, wo könntet ihr stecken? Oh, der sieht mich jetzt safe! Hey, weg! Ich hab mich beim Haus! Leute, der hat mich gerade abgebaddert! Warte mal, ich baller mal zurück mit Flammen! Ich mach Hilfe! Leute, aber das wäre viel lustiger, wenn Alpha auch ein Babydrache werden würde! Und dann könnt ihr mich wieder verstehen! Und dann könnten wir zusammen vielleicht den Enderdrachen als Babydrachen klatschen! Das war ja mega krass! Oh, Leute, Leute, Leute! Ich muss aufschönen sich als Bunker rein! Oh, der will auch da rein! Warte mal, ich schlock den mal rein! Und ich barbe Flammen, seitdem das in der Reine rennt! Oh, und hoffentlich drückt der drauf! Was geht los? Ja, Mann! Alpha, hörst du mich? Hey, warum ballerst du mich ab? Alpha, aufwand! Warum kommt der Laserstrahl aus? Warum kannst du so was? Ich kann Laserschießen! Wie krass bin ich? Nein, bist du ein Lasertrache oder was? Ja! Hä, warum sehe ich so anders aus wie du? Hä, Bro, was ist mit deinem Kopf passiert? Wie sieht das nicht so gesund aus, Mann? Ich glaube, deswegen kann ich Laserschießen! Guck mal! Keine Ahnung, Baby, Leute! Sie sehen ja mega strange aus! Gebt dir mal einfach deinen Kopf, Alter! Viel zu krass! Kann ich auch fliegen? Hä, kannst du nicht, oder was? Hä? Ich muss doch fliegen lernen, glaube ich! Hä, echt? Jetzt ich konnte das gleich, weil ich so ein Feuertrache bin! Und Feuertrache bekam! Ich habe doch keine Flügel! Na, als ob das keine Flügel waren! Haha, verdient! Was soll jetzt? Boah, ich bin aber ein cooler Babydrache, weil ich kann sogar Zeug abbauen! Schau mal! Hä? Oha! Deine Wand, warte! Oh, und Bats! Hä, das ist es! Hä, du bist Seeldrache, Mann? Du brauchst kein Haus, Mann? Wir wohnen woanders! Ja, ich will mal ein Haus! So, warte, ich helfe dir kurz, das wieder aufzubauen! Oh, warte, jetzt habe ich das ganze Ding kaputt gemacht! Ja, zähl doch! Oh! Jetzt ist wieder was kaputt! Boah, lass mal so einen Drachenkampf gegeneinander machen! Ich bin bereit! So, Laserdrache gegen kleinen Feuertrache! Und drei, zwei, eins, let's go! Komm her! Warte, 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 was für A-Mars du als Laserdrache? Weil du hast mir gerade die Hälfte schon gezogen! Und Feuerbombe! Oh, ich fremde, nein! Zack, 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 warte, ich habe dich getroffen! Und? Was geht? Oh, ich glaube, ich habe gar keine Chance! Oh, ich weiß es, ich weiß es, ich fand mal Flammenwerfer, Feuerangriff! Ah! Und zack! Ich glaube nicht zu regen! Ah, jetzt wieder! Oh, ich flänze so aus einfach! Und? Ich hatte ein Herz, Mann, das war mega close! Alter, ich habe so knapp! Boah, aber Alpha, lass doch mal die verwarte Maschine gehen, vielleicht kriegen wir dann auch einen Kräfte-Upgrade, Mann! Ja, vielleicht kriege ich einen Flügel endlich! Ja, aber vielleicht bin ich ein krasserer Feuertrache, weil ich habe bis jetzt so den schwachen Flammenwerfer und kleine Feuerbomben! Ich will Flügel, bitte! Ich will ein krasserer Feuertrache werden! So, drei, zwei, eins, let's go! Wow, Alpha, was geht? Hä? Hä? Boah, ich habe neue Alters bekommen! Guck mal! Lol! Lol, ich sehe deine Flügel, wie krass, Mann! Du kannst jetzt auch fliegen, oder was? Ja, guck mal, ich kann wirklich fliegen! Heftig, Alter, Mann! Ich habe den Lama-Ruschen bekommen, die mir viel zu groß sind! Ist so, die passt hier gar nicht! Ja, Mann, und was habe ich noch bekommen? Noch mehr Feuerbomben, oha, neuer Flammenwerfer! Guck mal, das ist so ein Feuerlaserstrahl! Oha, ich will auch sein! Boah, der ist krass, Mann! Aber Alpha! Ja? Lass doch mal, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen, den großen Änder-Drachen gemeinsam als Baby-Drachen-Klatsch, Mann! Boah, das ist richtig krass, aber warte, jetzt habe ich die Chance gegen dich, guck mal! Hey, boah, was hast du für ein Atom-Laser auf einmal? Schnell! Junge, wie stark bist du geworden, ey? Was? Wo gehst du überhaupt hin? Hier, ja, dazu Änder-Drachen! Wir brauchen ein Portal! Ja, aber wo kriegen wir ein Portal her? Vielleicht ist es in der Stadt irgendwo eins, ich guck mal! Kannst du dich als Laser-Drache ein Portal auch erschaffen? Ja, habe ich gerade gemacht, guck mal vor den Polizeistationen! Ja, aber als ob wir die Polizisten sehen, Mann, dann werden die mega sauber, wenn die sind, dass dann noch nicht davon... Mit dem Laser habe ich das gerade gespawnt! Was? Als ob du mit dem Laser ein Änder-Portal erschaffst, was bist du für ein krasser Baby-Drache, Mann! Ja, let's go! Let's go, auf geht's! Alpha, ich bin jetzt im Endmann, das hat geklappt, Guys! Was ist denn da, was ist schon da? Lol, wie viele Änder-Männer sind da, Alter, was geht's hier am Wort? Der ist der große Änder-Drache, schau mal, wir als kleine Drachen müssen den besiegen, Mann, wo steckt der? Er trägt die Stärkung, pass auf! So, warte mal, jetzt mal mit meiner Feuer-Attack, die Crystals kaputt, und batz! Lol, Leute, da unten ist der... Oh, Leute, das ist viel zu krass! Ich spammt Feuerbomben auf den drauf, und batz, 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 batz! Lol, das juckt den gar nicht, das macht ihm gar nicht so viel Schaden, glaube ich, oder? Das ist viel zu stark! Oh, jetzt kommt mein Feuer-Laser, was geht? Oh, ich glaube, der hat den aber ordentlich gedrückt, dann müssen doch die Kristalle kaputt machen, alle! Müssen den irgendwie besiegen! Ja, aber warte mal, ich fahre hier alle Feuerbomben rein, und geht das kaputt? Und, hey, der Kristall brennt, was? Oha! Leute, hab ich gerade eingetagelt, ich hab das auch nur nie gesehen! Leute, was geht's hier? Das sind eine Zeitsprache-Kräfte! Ja! Und aufgebaut, alles? Ich hab doch nie so ein großes Feuer gesehen! Ich auch, die Schwanz, so! Ich glaube, jetzt sind alle kaputt, nein! Und jetzt können wir den Anderlachen ergreifen! Ja, aber jetzt gibt's immer den Krag, ich flieg die mit dahin mit meinem Jetpack und Feuer-Laser! Kann der Anderlachen brennen? Ich glaube nicht, oder? Weiß nicht! Oha! Ich glaub, der kann nicht brennen, oder? Die Feuerbomben... Lol! Lisse, der kann nicht brennen! Ja, der ist resistent, der Gegend ist so schnell entstrahlt, Alter! Wie krass! Ich hab viel zu krass, Laser! Ich seh's, Mann! Oh, da ist der, wir müssen ihn jetzt besiegen, Mann! Ja, schnell! Ich hab nicht mehr viele Herzen! Ja, Mann, warte! Wenn der wieder landet, dann mach ich ihn fertig mit meinem Drachenschwert! Und ich bin voller Energie! Oha, der Ball hat auf mich, aber ich kann zu mir reden ausweichen! Oh, oh, ich hab nur noch einen Herzen! Oh, du musst da aufpassen, Mann! Und der kommt, glaub ich, jetzt geht's ab, Alter! Hau drauf! Nein, meine Damen und Herren! Oha, der hat mich weggedroppt! Was? Hat er nicht besiegt? Nee, er hat mich dann weggraut, Warte! Und? Feuer, Laser! Ah, zack, Mann! Ich hab gar nicht getroffen! Doch, du hast getroffen, der ist fast down! Jetzt hat der fast gar nichts gebracht! Ja, der ist halt stark, Mann! Lol! Und? Feuer, Laser! Oh, der greift mich gerade an! Oh, ich hab ihn erwischt! Ja, Mann, wir haben als Babydrachen! Wir haben einfach den Eintracht geklatscht! So, wie heftig! Richtig nice! Ja, Mann, und mit der sich das Bild da interessiert sich richtig, dass der gegen Babydrachen verloren hat! Hihihi, ist so! Was für ein Loser! Und wir haben jetzt brutal! Ab, durch, gehen! Let's go! Nice, Mann, Leute! Wir haben als Babydrachen den Eintracht geklatscht! Lasst gleich da! Lasst aber, wenn es nicht gefallen, dann zoppe einfach vorbei! Link ist in der Videobeschreibung! Bis zum nächsten Mal und ciao!